Sieht man was? Ich weiß es gerade nicht. Ja, man sieht was. Warte. Hallo? Gut, derzeit ist sehr gute Verbindung. Entschuldigung, dass da unten so ein schwarzer Balken ist, aber den kriege ich nicht weg. Ich mach es so und dann habt ihr hier ein Stückchen von der Seite weg. Ich verstehe OBS-Karten nicht deshalb. Ich mach es euch mal so. Dann seht ihr zwar einen Teil des Bildschins nicht, aber das ist nicht so schlimm wahrscheinlich, oder? Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch richtig. So, ich sehe den Chat, ich sehe alles, sehr gute Verbindung. Gut, da ist anscheinend einer gerade in 1 zu schon ist wahrscheinlich ein Wort. So, Scheiße, ist es nachts, ist es nachts. Ich würde schlafen. Der Benniboy kommt auch gleich dazu. Und erst mal herzlich willkommen zu meinem Stream. Ja, der ist jetzt relativ spontan, beziehungsweise... Ich hab's ja schon... Und dann könnte ich das eventuell im Team machen. Ich hab 72 FPS, das sehe ich noch, glaube ich. Ja. Ist halt ein bisschen verzögert. Und... Ich kann da die... Stream-Einstellungen... Ähm... Okay, ich kann das nicht mehr einstellen, leider. Ich hab's ja schon in die, ähm... Die Latenz hochgemacht. Also runtergemacht, meine ich. Aber so habt ihr jetzt ungefähr 10 Sekunden bis 20 Sekunden Verzögerung. Ja. Leider. Wenn ihr mal so ein Chat schreibt, sehe ich das erst ein bisschen später. Und kann deswegen noch ein bisschen später erst antworten. Ähm... Wenn ihr das zum Beispiel seht, bin ich grad erst richtig los überlaufen. Also... Also bei dem Stream halt. Also... Ja. Ist ein bisschen Zeitversatz immer. Ja, geht schon. Ähm... Benedikt wird auf jeden Fall gleich noch kommen. Ähm... Shade ist drin. Und... Essen holen. Äh... Ich werde wahrscheinlich nachher nochmal Asphalt 8 spielen. Ich hab jetzt gerade den... Zweiten Shader an. Der dann... Der alles ein bisschen besser spiegelt. Denn der andere Shader hat so einen milchigen... Effekt. Und... Der Zweifel hab ich gegen genommen jetzt. Oha, wie viel Eisen haben wir. Ich mach mal kurz einen... Jetzt kann man ihn wieder zurück craften. Gott sei Dank. Boah... Geil. Sieht das aus. Warte, ich mach mal jetzt kurz den... Aber ich sollte vielleicht mal... Ja, okay. Ist ja das so. Ich mach mal kurz bei mir FF. Und jetzt hab ich auch die höhere. Options, Video Settings, Shaders. So, jetzt könnte es sein, dass es kurz ein bisschen hängt dann. Und jetzt sieht der halt ganz normal aus. Und ist halt total milchig. Aber dafür sind halt... Äh... Hier diese... Pünktchen da. Also mit Lichteffekten und so sind halt... Dann ein bisschen besser sehen muss ich den... Und dann... Ihr könnt ja mal gerne reinschreiben in den Chat. Wenn... Wenn die Leute da seid... Wenn die Leute da sind... Also wenn die Leute da sind... Also wenn die Leute da sind... Welchen ihr besser findet. Na komm schon. Gut. Dann... 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 So. Das machen wir jetzt wieder zurück. Guck. Ich bin gleich zurück. Oh... Wie viel Eisen ob die haben. Richtig schön saftig! Sön. Jetzt ist die lieber Schm Blood-Labom... Oh, dasfalls ist doch los, die tormentliche! Ich weiß gar nicht wie die... Mikro von mit Audio Übereinstimmung ist... Aber ich hoffe das ist relativ okay. Wir werden wahrscheinlich auch nicht so viel im Stream machen, vielleicht noch ein paar Sachen, weil der Bennibull kommt ja gleich dazu. Wir werden besprechen, vielleicht ein bisschen was bauen. Und so. Gott, 80er PS. Das liegt dann daran, dass ich den Stream halt fertig mache. Also wenn es irgendwann unter 60 FPS geht, oder unter 50, dann werde ich definitiv den Shader ausmachen, weil dann habe ich 600 FPS. Aber ich kann euch mal zeigen, wie viele Fressenchen ich habe, wenn ich den Shader ausmache. Das wäre kurz Michael. Ähm. Da war bei den Schader ausmache. Ihm. Ja, ja, Standbild. Ja, ich werde kurz, weil hier sieht ja nichts, ähm, kurz schlafen gehen. Und dann werde ich mal kurz ins Stream neu starten. Also, wir müssen ja nur kurz ins Stream dann wieder gehen. Komm schon, lass mich schlafen. Okay, ihr seht schon, ich habe 500 FPS. 480. Also, ja. Wenn es meine Discord noch ausmachen und ein paar andere Sachen, dann geht es noch besser. Aber ich kann auch ein paar andere Sachen noch ausmachen dann gleich. Die WhatsApp brauche ich jetzt gerade nicht. Ich habe doch gerade den Wandelhändler gehört, oder? Irgendwo ist er. Da oben. So ein Arsch ist überall. Hä? Ist doch gerade Nacht geworden. Ah, ne, jetzt ist die wahrscheinlich noch auf den Trader, oder? Ja. Äh, ja. Tee. So, ich mache das mal zu. Und das hier. Ressourcen-Monitor. Was ist da? Ja. Kann man jetzt viel in den Trader besser. Hm, so. Jetzt. Ah, hm. Ah, hm. Ah, hm. Es hat sich nicht viel an den FPS ja so wieder wo. Ich glaube, ich muss nochmal die maximale FPS ein bisschen runterstellen, damit man ziemlich am Schuggeln ist und alles. Ich werde euch wieder ein Schädter anmachen, keine Sorge. Das ist halt die normale Textur jetzt. Und ich kann auch gerne mal, wenn ihr wollt, ein Tutorial machen, wie man einen Schader installiert. Mit allem drum und dran. Weil ich kenne nur die Tutorials, wie man einen Schader sich installiert. Und ich würde ihn, ähm, auch reinziehen in Minecraft. Und das wissen viele nicht, dass man den ersten Minecraft reinziehen muss, weil das dann aktiver ist. Und deshalb. Gut. Ja. Oh Mann. Ja. Und eventuell werde ich auch die nächsten Streams dann alle übertwitchen können, weil es ein bisschen übersichtlicher ist. Ja. 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 Der gibt's, der fast genauso gut ist und weniger FPS nutzt, ähm, da werde ich den halt nutzen. ich bin gerade eigentlich über den Laptop, aber ich sende die Datei von hier zu meinem Laptop. Okay, ich habe auch nicht so viel Verzögerung, also so 10 Sekunden. Ich finde das sieht schon echt geil aus mit dem Schräger. Ich spiele halt mit 60er PS und wenn ich dann 70er PS habe, dann macht das nicht mehr viel Sinn. Sollen wir vielleicht mal ein bisschen was erkunden? Dann muss ich hier noch mehr ein bisschen mehr Brot mitnehmen. Wenn die Farben auch dann später viel viel größer machen, also wie wird dann noch bisschen und provisorisch. Ich habe zwei Vorschläger, was ich für dich verholen kann. Das werden aber die großen Projekte nicht haben. Ich könnte auch nicht lieb. Nein, das haben wir uns. Warum kommt eigentlich immer nur so wenig Brot? Also das ist doch echt nicht cool. So, das ist los. Das brauche ich eigentlich nicht. Ich muss jetzt ein nettes Andeside reinpacken. Wo ich euch mal eine neue Kiste stellen. Vielleicht werden wir mal demnächst in den Wald abholzen. Mal schauen. Jetzt lassen wir mal noch mal ein paar Minuten in den Tag. Wenn wir Notgetrunken was essen müssen, dann haben wir. schon wieder schwarz stehe ich nicht ich hoffe es funktioniert jetzt wieder ich darf jetzt theoretisch wieder funktionieren es liegt daran weil ich bekommt auch mal 720px also ich weiß nicht ob ich das umstellen kann gerade so schnell auf 1080px die ein paar Beispiele das hat sich doch noch bei Discom rein es wäre empfehlenswert ich kann mich das nicht ändern tut mir leid dass ich nicht in full hd machen kann ich habe nur ein kuss jungen was ruft ihr mich an du sollst doch ein du sollst einfach reden bei discord eine frage habe ich ein teamspeak-channel habe ich ein teamspeak-channel habe ich einen teamspeak-channel nein also kannst du joinen nein ja irgendwie schon aber ich weiß nicht wie ja 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 du bist schrott weil du es nicht hinkriegst alles was du nicht hinkriegst ist direkt schrott jungen was dein scheiß problem warte mal kannst du mal kurz leise sein ich mach mal kurz bei mir whatsapp desktop an und dann können wir darüber reden dann ruf ich dich gleich nochmal an ok blutbar ja hörst du mich ja ich bin hier gerade bei teamspeak-channel äh könntest du dein mikro ein bisschen lauter stellen äh ich kann nicht weil ich gerade so müsste ich anhalten ach Junge hast du keinen whatsapp desktop ich bin auf meinem scheiß handy ach Junge warum hast du überhaupt ein pc weiter Leute ich weiß echt nicht der äh der nicht weiter man wird dich wahrscheinlich im stream nicht mal hören also fertigstellen m apartis ich weiß selber nicht wie um die Stiftung der Fall da ich kann sich finden ich muss ich habe noch kein Konto der muss einstellen hast du schon ein nein eben nicht dann geht es nicht ach nee das hab ich jetzt auch nicht gedacht können wir nicht irgendwo anders drüber reden glaube wenn es bei Discord nicht geht dann geht es überall nicht doch bei vorne hat es funktioniert jetzt ohne ich war da nur fünf Sekunden drin und hab dann jemand die Lobby gezollt hast du dein Mikro bei Discord auch richtig eingestellt ja stell es noch mal neu ein ich hab sogar so einen scheiß Lautsprecher Text gemacht wir haben übrigens derzeit nur Zuschauer also nicht hallo 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 funktioniert nicht oh man babyboy ja 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 Evan ich 리�BO ja ja gut ja Dann werde ich erst mal ein bisschen erkunden gehen, okay. Oh, jetzt hat er mir noch geschrieben. Oh nein, 2.0.0. Scheiße. Ich gehe jetzt ein bisschen erkunden, Benny Boy. Oh, ich hätte ein Bett nicht sollen nehmen sollen, mache ich jetzt auch schnell. Ich gehe nochmal zurück und hole mein Bett. Benny Boy, bist du da? Hallo, oh Gott, Alter. Das ist halt so kacke. Wieso funktioniert das denn jetzt nicht? Ich habe doch gar nichts gemacht. Doch, du hast voll deine Gürfel. Luca, ein Nährflate mit vorne. Ich war nach Enttrennung, um die Stimme zu checken. Du nährst mich jeden Tag mit dem Badlein, also halt zum Haul. Ups, da ist ein Handy runtergefallen. Junge. Ich habe die Kopfhörer von meinem Vater noch. Nee. Luca, ich bin jetzt mit den zwischendeten Kopfhörern, die es auf der Welt gibt. Also, alle Zuschauer, also alle, 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 die hören ich nicht richtig. Gerade. Mein Vater hat so eine Hette, das ist übel scheiße. Du musst, weil, du musst mehr an dein Handy gehen. Weil das Gefühl, ähm, äh, nur aus einem, einer Stange steht und so kleine Mini-Furzis, äh, als Dings man hat. Aber das hat dann halt den einzigsten Anschluss, den ich benutzen kann, weil mir fehlt denn, hat ein Adapter und der Luca bringt mir nie ein mit. Das ist voll scheiße. Junge, jetzt bin ich schuld, dass du deinen Adapter verloren hast. Weh, du, äh, ich will nicht sagen, aber du, äh, holst dir keinen Adapter für mich. Warum soll ich dir auch einen Adapter holen, Junge? Ja, weil du für den holen willst und ich gebe dir dann Geld. Ja, aber ich kann ihn eben nicht holen. Grund? Das ist so schrecklich. Was ist, ich meine, das ist eigentlich bei Alt-F3, wo Norden ist? Oh mein Gott, das sind die beschössendsten Kopfhörer der Welt. Luca, ich muss sie jetzt nehmen. Oh, die sehen schon professionell aus. Du, okay, ich schicke dir mal ein Bild. Ich schicke dir jetzt mal ein Bild. Ja, mach das. Ich baue, das ist eine Uhr. Das kann es sein. Das kann es sein. Nein. Guck's dir mal an, bitte. Ich kann's mir gar nicht angucken. Ja. Ich baue hier hinten meine Uhr. Mann, das ist ja hinten, da, wo das kein... Nein, 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 nein. Ich baue hier mal eine Uhr, okay? Das ist jetzt gerade... Was? Ich baue hier hinten meine Uhr. Was für eine Uhr? Was bringt die uns? Dass wir die Uhrzeit wissen. Hä? Wo in der Welt, wo wir sind oder was? Ja. Was denn? Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich dir das denke. Ich hoffe, ich hoffe, es funktioniert, wie du die Scheiße erzählst, wie du immer noch angucken sollst, wie bei WhatsApp. Ja, ich kann. Ja, ich kann. Junge, du hast mein Bild auch als zehn Jahre später angekuckt. Also, halt mal kurz im Maul. Und komm, Markus, bitte schlafen. Oder diskonnecte. Hallo. Ich höre nichts mit dem Headset. Ich schau. Digga. Sieht mir kacke aus. Für dich. So. Ich hatte gerade 51 FPS. Das kopiere ich gerade jetzt. Hallo? Hallo? Scheiße, das ist der Berg dahinten. Hallo? Was denn? Kann ich über Discord reden? Ich sehe es doch nicht, Junge. Ich bin gerade in Minecraft drin. Ich kann über Discord reden. Die scheiß Kopfhörer rumpfliert. Das heißt, ich dann einen Kopfhörer. Hol dir mal ein neues Headset. Was? Hol dir mal ein neues Headset. Nee, diese scheiß Kopfhörer auf eurem Fahrt auch nicht funktionieren. Ja, aber ich höre dich nicht in Discord. Also, warte mal. Ich geh mal kurz. Das ist deine Schuld, weil bei dir bin ich laut auf Discord. Nein, ich höre dich jetzt. Ich hatte nur WhatsApp-Aus. Am deshalb ging das nicht. Oh mein Gott. Wie ist der Sound so? Also ganz normal. Das ist so, wie ich immer klinge. Ja. Das hat auch extra wie so bei so einem Radiosprecher so ein kleines Ding halt da. Ja, ich weiß, den hab ich auch. So ein Schaumstoff-Ding. Ja. Nur bei mir hat er kein Schaumstoff. Genau das meine ich. So weißt, dass morgen da ist. Komm, wie ich dir helfe bei der Zuckerfarm. Weil du nix hast, mir immer. Komm schon, boah, du hab. Warum machst du nix, Luca? Ich mach doch was, Junge. Was denn? Das nix so schnell, das voll unfair. So, jeder normale Mensch auf der Welt versteht, was das für ne Uhr ist. Hier ist zwölf Uhr. Das heißt, theoretisch haben wir gerade zu ungefähr zehn Uhr morgens. So, so ne Sonnenuhr ist das. Ja, und wo ist jetzt zwölf? Da, wo die Zweistriche sind. So. Könntest du auch mal helfen bei der Zuckerfarm, weil ich bin der Einzige, der da was macht? Junge, kannst du mal leise sein? Ich baue doch gerade was. Junge, das ist genauso, wie ich sage. Oh, du machst gerade ein Großprojekt. Oh, super. Jetzt musst du aber mal bei der Zuckerfarm helfen. Boah, ich sehe, hier wächst, wächst innerhalb einer Millisekunde wieder alles nach. Das ist so schlimm. Kommt noch ein. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann kommt hier nochmal ein, zwei, zwei, eins. Boah. Äh, hört. Äh, könntest du bitte das hier lassen? Nein, das ist so. Nein, das ist so. Auch wenn sie Effizienz weniger macht. Äh, es triggert. Es hat, war kein deutscher Satz. Was? Es war kein deutscher Satz. Ja, und? Geht auch nicht deutsch. Wenn die Effizienz schöne Sonnenwegeleger. Super. Die Super-Sonne-Uhr. Hätt gedacht, du machst so eine Uhr, halt, wie es in Minecraft gibt. Ich weiß. Was ich meine? Man wird so ein Hengst-Dienst und Bilderrahmen und dann haben wir halt eine Uhr. Nein, wir haben glaube ich nicht gut geholfen. Du hast einfach nach so viel, äh, nach zwei Parts immer noch nicht diese Scheiß-Ecke ausge...bessert. Nein, ich hab's ja schon mal ausgebessert, aber da springt man immer drauf. Genau diese Ecke, die, wo man drauf springt. Die Kabel davon nerven. Was? Die Kabel, wo man zu prozenten Gaming erzählt hat. Guck das jetzt einfach mal ganz, ganz kurz an. Hier sieht man sogar langsam, wie die Uhr sich bewegt. Hast du schon mein Eisen, äh, wieder zurückgetan in die Kiste, was du, äh... Schau mal kurz in die Truhe und da ist auch mein Eisen drin. Okay, ich hab alles geklaut. Halt's Maul, das legst du wieder rein! Digga, ich hab mir helft dir ein Herzen verloren. Legs rein. Schöne mal hier, du Crew. Legs rein. Digga, lass es... Oh, ich hab ausgesehen, das aufgebaut. Ich hab eine HP! Hey, ich hab eine HP, Luca. Jetzt lass es. Legs wieder zurück, einfach. Musst du schon, dass ich keinen Minecraft in den Gamesound höre? Lass es einfach. Lass es. Nein? Warum kann ich dich eigentlich nicht, manchmal einfach gar nicht anholen, warum geht das mal hier nicht? Du verschwendest gerade meine Pfeile. Lass es! Luca, lass es! Lass es, Luca, hilf, hilf, hilf! Wir sind doch ein... ...ein... ...gröner Jus. Ich hab dir doch gar nichts getan. Leg das Eisen zurück, dann ist alles gut. Ja, mach ich! Hilfe! Ja! Ja! Warum hab ich einen Pfeil in meinem Kopf? Denken. Hä? Hä? Wo kommt der her? Hö! Du hast alles geklaut! Nein, ich hab keine einzige Sache eingesammelt. Du hast meine ganzen XP! Ich hatte 30 XP, du kleines Arschloch! Ich hab gesagt... Du hast alles weggenommen! Meine ganzen XP! Weißt du, wie viele XP ich hatte? Nein, weiß ich nicht. Digga, du bist so ein kleiner Huren, Digga! Das ist halt so unnötig! Alles ist weg! Ja, dann legst du es aber auch in die Tour des Eisen! Digga, du bist halt echt so ein Arschloch! Und dann wird es betont, ich brauche eine braune Tür. Wie viel Level hast du denn jetzt? Ah! Ja, das stimmt! Du anfangen mit PvP dann kommen wieder. So eine Scheiße, Luca! Du hast aber angefangen, ich hab' gesagt, du sollst einfach nur das Eisen wegfahren. Nicht scheiße von dir der, ganz im Ernst! Weißt du, wie scheiße von dir ist das einfach, dass du die Einheit 6 Eisen wegnimmst? Wie geb' ich dir nicht wieder? Das waren nämlich alle mein Eisen, die ich in der Scheißhöhle gefarmt hab! Wenn's alles dein Eisen war, dann wähnten wir hier und jetzt das Projekt. Ich hab' die alle gefarmt! Bist du irgendwie los? Das ist genauso, wie wo wir früher Minecraft gespielt haben und du immer der Typ war, der als erstes ausgerastet wird, weil wir einmal eine Sache genommen haben. Ähm, Leute, ab jetzt ist das Projekt offiziell vorbei. Ähm, ich werd' auf den Server direkt neu schlagen. Nein, 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 nein! Ähm, der weg ist und damit sag' ich jetzt einfach ein Geschenk. Tschüss! Wenn du jetzt das Projekt endest, will du Pro- Äh, ne, das Projekt geht jetzt noch weiter. Weil ich hab' nämlich auch einen halben Stack Eisen gefarmt. Und du kannst dich einfach über das ganze Eisen beitmen, das geht nicht. Luca, willst du jetzt, ey, hier, 40 Eisen haben? Nein, ich will kein Eisen, aber ich will einfach nur, dass du sie Toren legst, damit sich jeder nehmen kann, was er braucht. Ja, ich fand's halt nur blöd, wo du früher mit dein, äh, wo du vorher mit dein Eisen geflext hast. Oder mit dem Eisen, was... Ich hab zwar nicht mit meinem Eisen geflext und ich hab' ihn immer geteilt, aber egal. Ihr habt euch nur dann immer zusammengetan und habt euer Eisen genutzt und fertig. Mit dem Shader meine ich, wo du mit meinem Eisen den Shader geflext hast. Ach so, hä, ja, und, ich hab' halt mal kurz das Eisen genommen und ich hab's wieder zurückgetan und, und es war ist nicht dein Eisen. Boss. Hä? Wie wird Amboss geschrieben, hä? Bei mir wird kein Amboss geschrieben. Wir brauchen noch keinen Amboss. Ich will meine Eisenrüstung reparieren. Junge, wie viel hat deine Eisenrüstung noch? Nein, alles ist wegen dir jetzt unter der Hälfte. Ja, dann mach den Amboss. Wie geht das? Dann geht mal kurz Eisen. Es liegt wahrscheinlich in der Truhe. Nein, liegt's nicht. Das meine ich. Du läufst einfach in die Truhe und fertig. Ich wollte's dir geben. Warte mal kurz, jetzt kommt in die andere Truhe. So. Jetzt geb' ich mir raus. Ich denke mal 40 Stück Eisen reichen. Frau mit Zäune. Was? Ich hab' egal. Ich hab' ne Idee. Guck mal, das sieht doch jetzt viel schöner aus. So. Hier ist dein Endbild. Guck mal, wie gut das aussieht mit dem Zäune. Hier ist noch Eisen für reparieren. Wie viel Eisen? Wie viel Eisen? Das restliche Eisen liegt in der anderen Truhe. Oh, F3 hab' ich gekauft. Scheiße. Oh, ich kann, ich kann, sorry, ey, ich muss kurz raus, Monster killen, ey. Soll ich diese Rüstung reparieren schnell? Ich hab' leider keine XP, womit die Rüstung reparieren. Soll ich diese Rüstung reparieren? Nee. Ich mach das nicht. Du musst eh erstmal Pfeile fahren. So, hast du jetzt wenigstens ne Feder? Nein! Ich hab' keine Feder dabei. In Richtung, ähm... Doch. Hallo? Nord-Ost. Ja, Nord-Ost. Du siehst ja an der Uhr, wo Norden ist. Nee. Doch. Norden geht die Sonne auf, im Süden nimm sie hier. Oho! Digga! Der Himmel! Sheesh! Ja, ich weiß! Clean my Motherfucker. Das ist ja extrem geil. Und ich nimm mal kurz meine Fackeln einfach in die zweite Hand. Das ist so ein Flex. Bei mir schwebt so Schweinchen in der Mitte. Huh! What the hell? Ah, da ist ein Creeper. Übrigens, sobald, ähm... Sobald die Larin mir schreibt, dass sie Zeit hat, werde ich den Film beenden. Was? Weil ich mach den Film nur so lange, wie sie halt keine Zeit... Also wenn sie... Wenn sie schreibt, sie hat noch Zeit, dann... Wer hat noch Zeit? Eine Freundin von mir. Okay. Nicht beziehungsmäßig, okay? Was denn? Ganz normal halt. Das kann doch nicht sein, dass hier noch ne Schlucht ist. Doch. Digga! Das passt halt so zu unserem Projekt, die Schlucht oder die große Schlucht. Keine Ahnung, wie das heißt. Eigentlich meine... Minecraft-Schlucht. Ähm... Luca? Ja? Minecraft-Schlucht, was sagst du dazu? Ähm... Warte mal... Ich... Darf ich... Also... Bist du grad noch am Farmen? Ich farm grad XP mit Zombies, ja. Okay, weil... Ähm... Ich werd dann später mal... Ähm... Unser Haus zum World Spawn machen... Und werd um... Die... Also um das... Um den World Spawn... 60 Blöcke... Oder... 80, 90 Blöcke... Oder 100 sogar... Ähm... Mal... eine Sicherung einbauen, dass kein Tripol oder sowas spawnen kann. Also keine Monster spawnen können innerhalb von mir. Das mit diesem Stingsmacher oder is no fraud, jetzt aber das sieht ein bisschen hässlich aus. Reiskelette ich... Da verpiss ich mich ja ganz schnell. Mein Stream hängt grad wieder. Digga, da sind jetzt wieder... Spinn, leger Spinn ist sie... 5 spinn, ich hasse spinn. Die sind die overpowersten nach den Babyzombies. Ne, die sind sogar overpowerste als Babyzombies. Spinn. Könntest du mal kurz schlafen gehen oder so? Nein, warte. Skelette kämpfen sich... Bekämpfen sich grad gegenseitig. Oh Digga, ich bin grad im Sandwich von... Zwei... Äh... Zwei! Ähm... Zur Sicherheit als Zuschauer werde ich mal kurz den Stream neu starten. Okay. Digga, bei mir ist sie grad... No... Ist das mit der du Videos aufnimmst? Deine Freundin? Deine Freundin ist das die, die mit der du Videos aufnimmst? Ich nehm mit der keine Videos auf. Du hast doch mit... Gesagt, du hast irgendwas... Spielst mit der oder so? Ja, ich spiel mit der, aber ich nehm mit der keine Videos auf. Okay, wusste ich gar nicht. Der hat kein PC, der hat nur Sitch. Also, äh, der hat einen Xbox, meine ich. Da hat er da was getroppt. Der hat irgendwas getroppt. Der muss doch irgendwas getroppt haben. Hilfe! 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 Da hast du dir gern, äh, Creeper. Und ich bin deswegen... PvP-Mode aktivieren. Ich bin wieder der krasseste Minecraft Player der Welt. Okay, der Creeper ist in dieses Loom. auch gefallen. Jetzt PvP gegen ein Skelett. Bam! 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 Okay, ich hab das Skelett gekillt, Luca. Ich bin einfach nur krass. Luca, wollen wir dann auch mal in diesen... einen Wald gehen, der hier ist? Oh, wir haben Schwierigkeiten einfach eingestellt. Oh, das wird das große, größte Projekt der Welt in... in der Nacht in diesen Wald zu gehen. Da sind so viele Monster. Luca. Gott, ich hab jetzt einen Spawnschutz auf 300 gestellt. Was heißt das? Ähm. Dass innerhalb von 300 Blöcken keine Monster mehr spawnen können ab dem nächsten Serverneustoff. Ja, hier ne... hier kann ne... ruhig... Es schigert mich, wenn die Fackeln in der rechten Hand sind nicht kann das, ne. So. Luca, wollen wir es so machen? Mit PvP durch den, äh... Wald in der Nacht? Nein! Komm, Schmini! Warum? Ich weiß, es ist überhaupt PvP wild durch die Wappenlacht, ne? Digga... Guck mal, hier ist der Wald, der ist so absolut... 2 zu P. Gut. So, wenn wir da halt sterben, dann fresse ich den Besen. Dann würde ich mit Diamant... äh... Rüstung rein, oder? Ne. Oh, Digga, da sind fünf... Skelett auf einmal! Sobald ich ein Dorf finde, werde ich, äh... also ich... wenn dann halt Tag ist. Wir sollten vielleicht mal schlafen, könntest bitte schlafen gehen? Oh! PvP, PvP, Hilfe! Okay, 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 okay. Da ist noch ein Skelett. Immer ausweichen. Bam! 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 Habe ich? Habe ich? Guck mal so, hier stehen zehn oder... zwölf Skelette hier von der Base, also... Digga, hier, ich bin grad am struggle wie scheiße, Digga. Alles hier, alles Monster. Spinni, verpiss dich! Okay, Luca, hilf mir die Skelette zu können, ich brauch die Pfeile. Guck mal. Okay, wo ist denn die... Skelette? Ich muss gucken. Digga, das sind halt wirklich tausende Skelette gefühlt. Okay, ich geh kurz rein, weil ich... äh, kannst du mir Essen geben, weil du hast mir... Nur mal so'n Trick! Ähm, geh schlafen, dann verbrennen die alle und spawnen alle, ähm, Pfeile. X hab ich noch. Bitte nimm sie mal einmal net weg. Kannst du bitte mal kurz, ähm, schlafen gehen? Ach, das ist so unfair. Dann helfen wir so wenigstens einzusarbeiten. Nein! Du willst die Pfeile haben, nicht ich. Ich geh jetzt traveln. Tschüss. Also reisen. Du nimmst mich kurz mit, oder? Ich nehme jetzt mein Bett mit und dann hol ich ab. Oh, die... Ah! Digga! Hilfe! Luca! Dieser Enderman hat mich so, äh, gejumpscared. Hilfe, Luca! 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 Der macht richtig viel Schaden, Luca. Ich weiß. Wo ist der? Ich hab ihn für dich gekillt. Danke, ich hatte nur noch, ach, acht Herzen? Sechs Herzen? Neun Herzen? Irgendwie sowas. Wo ist das Scheißgelder? Ist das Scheißgelder der Farm? Du Hurensohn, verpiss dich aus der Farm. Junge, du kleiner Nuttensohn! Hat der noch Pfeile gejobbt? Ich hab zwei Hühnchen gekillt und kein, äh, ne Fehler bekommen. Ich muss ihn nochmal... Lass einfach... Okay, das war sehr knapp. Ich hab' nen Crashblock! Ich weiß von dem, äh, Enderman. Oh, ich hab' zwei Pfeile! Gib' mal. Hier. Gönn' den Labo. Hier doch. Warte mal, kannst du ganz kurz auf mich warten? Oh! Dig, mein Ohr tut wegen dem Headset weh. Das ist so eine Scheißqualität. Ich schwöre. Äh, Luca. Ich hab' zwölf Brote dabei. Was? Ich hab' zwölf Brote. Und 16, äh, verrottetes Fleisch. Ich glaub... Luca? Was? Ich farm kurz nochmal ein bisschen, äh, auf der Farbe hier. Direkt wieder ansehen, bitte! Hallo! Hallo! Ja, ich hab' extra hier Weizen mitgenommen. War da irgendwas anderes dabei? Glaub' nicht, ne. I reckon I'm ups. Ah, so easy when you sing. Digga. Meine Chicken Nuggets! Gib bitte meine Chicken Nuggets, weil ich hab' wirklich keiner kein Leben mehr. Meine Chicken Nuggets verbrennen! Ach, okay. Ach man, hätten wir das in der Folge gemacht, das wär' mein erster Cut gewesen, weil da hätte ich einfach das Video meine Chicken Nuggets verbrennen eingecuttet. Junge! Hätten wir jetzt ein Video gemacht, ich hätte das so hart eingeblendet. Weil ich wär' jetzt anfangen zu cutten und besser. Er weiß, wie das geht, er muss es mir auch weiterbringen. Benedikt! Hm? Du kannst nicht mal dein Mikrofon anschließen! Luca! Ich steh' nicht wegen meinem Kack-Controller und weil ich keinen Adapter hab'. Luca, wenn du dich beschwerst, dann frag doch mal deinen Fahrer, ob der mir eins mitbringt und ich gewinn' dann das Geld. Für mich persönlich. Hast du ein Fahrrad? Ja. Gut, dann fahr zum Euronics oder Expert und hol dir eins. Wo ist der? Google. Kommst du? Das ist doch auf Fulda! Ich fahr doch nicht nach Fulda deswegen, oder nicht? Google! Google doch einfach, Junge! Der ist in Fulda! Ja und? Kommst du doch mit, hallo? Ich brauch' Essen. Du hast Chicken Nuggets. Drei Stück, super. Also, davon werd' ich jetzt auch nicht... Meinen Schitten Nuggets verbrennen! Guck, das wär' ein superguter Clip. Das können wir ja so einmal beim... Einfach beim nächsten Mal kurz ein... Jetzt start' den scheiß Stream! Luca! Der ist doch schon gestartet! Ja, gestartet! Der ist die ganze Zeit an! Nur ich start' den immer kurz neu, wenn... Also der wird einfach nur kurz, äh... schwarz gemacht, wenn... Was ist das? Wenn halt... Fuck, Digga! Leckt halt! Es tut so weh! Kommst du jetzt mal mit? Junge, ich hab' keinen Bock, die ganze Zeit zu warten! Ich muss sowieso noch ne Kuh finden, währenddessen um... äh... Um mir... äh... Nicht im Müll mit mein Inventar! Deswegen! Gott, ich lauf' schon mal los! Ich lauf' Richtung Norden! Nein, warte, warte! Ich nehm' die Werkbank mit, okay? Nein! Okay! Jetzt du bin! Dann Kraft bist du... Wo bist du, Luca? Luca! Wo ist Norden? Seh' auf der Uhr, da... da ist Norden mit zwei Dingen gekickten... kennzeichnet. Dann warte kurz auf mich, weil sonst weiß ich nicht, wo du bist. Ah, da! Hier ist ein Hütchen, da kannst du dir eines gönnen. Ich bräuchte halt Federn Wie, das hat's überlebt Das Hühnchen Nein, das Schwein hier Der schmeckt doch Das sind die Hühnchen Luca, ich bin fast hier reingefallen Ich bin einfach noch drüber gesprungen Und hier ist noch ein Hühnchen Hier sind ganz viele Hühnchen Luca, lassen die Schlucht gehen, oder nicht? Nein Also ich mach jetzt einen Expeditionsstream Und wenn wir ein Village finden Dann Also wenn ich ein Village finde Dann geht's ab, dann trage ich Kann man irgendwie Unser Spawnpunkt markieren Das macht doch was wie VRG immer Das weiß ich nicht Wie der Kommand ist Und ja, ich weiß nicht Ich hab ein paar Hühnchen noch Federn Keine Ahnung Digger, wo bist du wieder? Norden, Norden Und wenn du mir nicht folgen kannst Dann hör auf, mir hinterher zu rennen Luca, warte doch einfach Du, bist du schon nicht im Wald gelaufen? Ja Das ist ein Lavasee Oh, hier sind Kühe Kannst du ganz kurz warten? Bist du gerade noch im Wald drin? Nein, ich bin schon rausgelaufen Ich bin hier beim Lavasee Bin hier auf dem Druck Ich bin hier auf dem Druck Da, hallo Hier mein Schwerdgetroff Hallo, hallo, hallo Hallo, hallo Warte, warte Das muss ein Team sein Das muss ein Team sein Ich seh dich Ja, warte, 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 warte Ich will tanze Ein Tanzmann Du schleichst dich auf den Boden rum, Junge Ich hab wieder wegen dir gar kein Leben, weil du mir das Hälfte dein Leben weggenommen hast Ich hab da nur noch sechs Fleisch, alles nur wegen dir Ich hab drei Fleisch und nicht mal gebraten Digga, warum verliehen? Such viel essen, Digga Komm jetzt einfach mit, Luke Oh, da hinten sind Schafe, die können wir jetzt versklaven Für was? Muss ja auch irgendeinen Sinn haben Schafe zu fangen Ah, das ist nett Peile, Peile, Peile Digga, Peile sind so OP Oder einfach Bogen Munition Hör auf Munition zu sagen Irgendeiner Köpfe sind, ah, das ist ja Munition Ja, ist es, aber Oh, das passt halt nett zusammen Äh, hier ist, äh, Dings, hier sind Hühnchen noch Guck, die droppen keine Federn Doch, die droppen Federn Und wenn du möchtest, kann ich auch die Droppen Rate auf 1000 machen Dann dropp die 1000 Federn Ja, eine Federn, zwei Federn Jetzt auf einmal bekomme ich Federn, ah Ich lauf schon mal weiter, ne Luca, wo bist du? Ich lauf durch die Birkenwald Ja, da, da, das ist immer Hier ist noch eine Schlucht Und Luca, ähm, der, es gibt so ein, ähm, so dieser Steve mit den weißen Augen Der, Hero Brian, Brian oder so Genau, Hero Brian Der, der ist immer ein Birkenwälder und kält, all, macht die Birken ohne Blätter Digga, wo bist du? Nein, das ist normal, Steve Der macht die, macht, ach nee, das sind die, nein Steve macht Holz weg Und der Bist du, wer da durchgelaufen oder gerade? Komm mal her Neh, dich nicht Ich bin, ja, ich bin da, da bin ich Ah nein, das ist mein Stream, scheiße Wo bist du? Ähm Ich bin hier kurz vor einem See Bist du gerade auch ausgelaufen oder was? Ja, einfach die ganze Zeit geradeaus Ich hätte gedacht, du wärst quergelaufen Oh, Benny Boy Hier bin ich, über so einen Bach gibt's hier Ja, da ist ein Bach, da bin ich Hä, warum bist du? Das ist ein Dorf Wo? Das ist ein Dorf Ich wusste, dass ich besser als du bin Halt's Maul Wo ist denn deine Koordinaten? Die ist rüber, vor allem, wegen dir Das ist ein Pillager Das ist ein Pillager Die wollen gleich das Dorf angreifen Wo bist du denn? Bei welchen Koordinaten? Wir müssen die Pillager beschützen Ja wie denn? Wo sind deine Koordinaten, Mann? Äh, wo steht das denn? Ähm 2, 1, 0 6, 2, 4, 9, 8 Nummer Äh Alles, einfach die ganz normale Zahlen sagen, ohne Komma 264, 490 Im Plus und im Minus? Minus 490 Gut, dann sind wir gar nicht so weit entfernt Ich bin einfach So ein Geils Produkt Das ist auch die Koordinate 0 0, 0 Natürlich gibt es die Sind wir da gesporen? Nein, sind wir nicht Einfach ein Dorf vor Luca gefunden Digga, halt doch mal den Maul damit anzugeben, Junge Sorry, das wollte ich Oh, nur ne Äh, ne Rüstung, aber Saftig, nachtiges Essen ist hier drin Sehr viel Essen Und ein Sattel, das wird Dafür hab ich vor dir Paluten gefunden Was? Dafür hab ich Paluten gefunden Und wir sollten vielleicht mal gleich schlafen gehen Geben wir zum Schlafen Hast du ein Bett mitgenommen? Nein Wenn du jetzt neinsatzt, wäre nicht projekt Hier sind genug Betten, also ja, ich hab eins dabei Gut Wo bist du, Village Ich hab'o Traded 40 Weizen gegen ein Emerald, ist das gut? Nein Blö 27 Ein Emerald gegen 6 Brötchen Hey, das passt doch, das wollte ich scam Guck, wir geben den 20 Das sind 5 mal unge- Ne, so Sag nochmal deine Koordinaten Das sind, glaub ich, Koordinaten Öffnen? Nein Da, nein Da Ähm 244, 62, minus 504 Okay Das heißt, ich muss noch mehr in die Richtung hier Mal rein gehen Neh Nigga, hier ist, stimmt einfach, dass dieses wie äh, Liegen, wo er macht, so dumm die Sicht Den, 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 den Dies Dorf ist real talk So ein naises Dorf Luca, das ist das beste Dorf der Welt Es ist wirklich das beste Dorf der Welt Wer nicht Ist ein Stronghold, ist da ein Nähaportal, sind da fürками Luca, jetzt nervt nett Hier ist sogar noch ne Höhle Das ist so gut Also eins der besten auf jeden Fall der Welt. Na. Das glaube ich erst, wenn ich da bin. Wo bist du nochmal? Ey, wenn du jetzt die Minuszeichen vergessen hast bei den Zahlen, dann raste ich echt raus. Ich habe doch extra Minus gesagt. So, sag jetzt nochmal mit Minuszeichen. 170, 47, 400, minus 450, ne 70. Ich laufe hier halt die ganze Zeit rum und loot schon mal ein bisschen, deswegen verändert sich das manchmal ein bisschen. Ist das ein normales Dorf oder ein Birkendorf? Normales Dorf, ein ganz normales Dorf. Ein extrem großes Dorf, das könnte unser neues Zuhause werden. Ja, da müssten wir aber alles importieren, ne? Ja, das machen wir mit einer Enderchest. Boah, ja. Das Haus hat sogar ein Balkon, warum ist unser so... Ja, ich finde schon unsere Höhle ist extrem geiler. Ich weiß nicht, ich sehe das Dorf, aber jetzt frage ich mich jetzt erst, warum du das Essen nicht mitnimmst. Welches Essen? Ja, die Heuballen? Hab ich doch. Hey, bin doch gar nicht hier beim Dorf. Ja, aber hier sind noch mehr Heuballen. Ja, ich habe mir die meisten abgebaut. Ich luke gerade noch jedes Haus durch. Ah, da ist der Luke. Moin. Moin. Und es gibt definitiv größere Dörfer. Brauchst du Papier? Also ich habe mal zehnfach so große Dörfer gesehen. Junge, aber warum wollen wir hier hingehen? Hier ist eine leere Karte, schmeckt. Geh, die schmecke, die schmuck. Digga, ich bin so ein Scammer. Oh, ich Scammer den Village schon alles. Ah, da war so ein Baby-Wildscher, so ein richtig kleiner Punkt. Und dann gehe ich noch mal ein bisschen weiterreisen, okay? Hey, nein! Dann warte auf mich. Warte mal. Luziung, krachtig, Herr Löscher. Luke, wartest du? Ja, natürlich warte ich, Junge. Ah, da vorne, das will ich noch ganz schnell durchlooten, weil da was Gutes drin sein kann. Es war noch mal wichtig, weil da noch mehr Brot war und noch Kartoffeln. Das wäre dann für zu Hause ideal. Wo bist du, Luke? Aber ich brauche dann auch nochmal, ich glaube, soll ich den Eisen, nee, wir haben genug Eisen. Das ist unnötig. Ich habe 44 Brot, das reicht auf jeden Fall erstmal. Warte, oh, maschallah, dieses, ich habe so viel Heu, Heu gerade gemacht. Maschallah, diese Sixpack. Ich bin Richtung Süden gelaufen, soweit ich weiß. Nein, nein, nein! Ach, ist da euch scheißegal, ob ich sage Süden oder Norden, du findest sie nicht. Luca, wo bist du? Komm bitte eine Sekunde zurück, damit ich weiß, wo du bist. Luca, bist du zurückgegangen? Nein! Wo bist du denn hingelaufen über die Berge in den Wald? Nach da vorne, ich hasse dich! Also, von dem Crafting Table, wo du standest, einfach geradeaus. Hä? Wo bist du denn jetzt geradeaus? So wie du standest, geradeaus. Also, über diesen kleinen Berg, oder was? Äh, ja. Da kommen zwar noch mehr Berge, aber ja. Also, nicht durch den Wald. Doch, das ist auch ein Wald, aber auch weniger Wald. Digga, nee, das hasse ich doch schon wieder, weil du immer denkst, du könntest nach irgendwo laufen. Gibt es bei mir hier so einen Bach? Bist du über einen Bach gelaufen? Luka? Ich hab keine Ahnung, wo ich drüber gelaufen bin, Junge. Ich lauf einfach nur. Da merke ich mir noch nicht, wo drüber ich laufe. Und hier ist noch eine Höhle. Da hab ich jetzt gar keinen Bock drauf. Wir finden nie wieder nach Hause. Und du läufst dahin, wo man dich nie wieder finden kann. Wir laufen erstmal dann am Anfang Richtung 0,0, weil 0,0 ist meistens der Sporn. Und dann suchen wir. Nach dem Orden. Oder Orden. Nach dem Orden? Was für ein Orden? Nach was suchen wir? Wir suchen nach dem Zuhause. Hast du da irgendwas mit dem Dings gesagt? Mit dem Ender Dragon, dieses Stronghold? Nein, das heißt ja nicht so, oder? Das heißt Stronghold. Ja, Stronghold, aber ich hab doch... Ne, jetzt nicht ausrasen, es gibt aber ein Fortnite, so eine Stadt, die heißt Delphi Stronghold. Lass mich raten, der Stronghold wurde von Fortnite nachgemacht, genau. Nein, das ist von, ähm... Wie heißt der, dieser... Diese Exe da, ja, ist das... Da gab's uns... Stronghold und Exe oder was? Nein, der... Der war so ein Alien-Scheiß-Ding. Der... 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 Die... Was mit... Terminator und von dem, die Zombies, die bis... Äh... Davon ist da einer. Nee, 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 von Gott auf... Keine Ahnung. Ich bin hier am Arsch der Welt, ich komm... Nee. Was ist das für ein Hühnchen? Oh! Ich bin da, war sie gefallen, ich bin tot. Ich bin tot. Alles weg. Alles weg. Ich bin im Dorf gespawnt. Luca, es ist alles weg. Wenn du jetzt alles Eisen dabei hast, so wie ich's dir verboten hatte. Nö. Glaub zumindest, ne. Dann wär ich echt ausgerastet, dann wär ich richtig ausgerastet. Oh, Luca. Ich hab alles verloren, nur wegen dir, weil du immer denkst... Nein, ich hab nichts damit zu tun. Ich kann nichts dafür, wenn du in den Lavasicht springst. Du kannst das dafür, weil du irgendwo hinläufst, wo es denn mal weit so du bist. Ich hab gesagt, Richtung Süden. Ich denkst du, ich weiß, wo Süden ist. F-Alt-F-3. Ich sag dir fünfmal, warte doch bitte. Nein. Weil ich komm eh nicht wieder. Ja, was, du wartest nicht. Wir können doch nicht allein einfach so irgendwo in die Scheiße, in die Weißentwo laufen. Ja, aber wenn ich dir sage, du sollst mitkommen, kommst du erstens nicht mit. Oder zweitens, du rennst in eine ganz andere Richtung. Also, denk ich mir, jung, ich lauf alleine weiter. Wenn du was machst, irgendwas craftest, dann warte ich auf dich. Und wenn ich mal was crafte, wie grad Brot, zum Beispiel, wartest du nicht? Ich kapier das nicht. Ich versuch, unser Scheiß zu Hause zu wenden. Ja, mach das. Es war irgendwo bei 0,0 oder unter minus 100 oder so. Ich lauf einfach dahin zurück, wo ich hergekommen bin. Ja, oder so. Okay, das ist, ich glaub, wie ich bin zu Hause. Und wegen dir hab ich alles verloren. Nein, ich, du hast nicht wegen mir alles verloren, du hast wegen dir alles verloren. Du kannst dir alles anrufen. Das wär doch nie passiert, wenn du einfach auf mich gewartet hast, dann musst du mir jetzt recht geben. Ich warte nicht auf dich. Ich sag dir einmal, ich lauf los, dann lauf ich los. Ich hab vorhin schon knapp 15 Minuten auf dich gewartet. Ich find unser Zuhause, ne, und ich fährte es an den Monstern und sterben. Hast du wenigstens ne Bett dabei? Nee! War so dumm, ist sie so eine Scheiße, ist das? Jetzt bin ich hier irgendwo am Wasser, Digga, ich könnte kotzen, Digga! Jetzt kann ich nicht mal schlafen, und werde dann mal schon mal Monster verreckt, weil du zu blöd bist, Bett mitzunehmen. Ich sag halt einfach nix mehr. Ich würd mir hier zu blöd. Wenn's hier zu blöd wird, dann kann ich gerne den Server kurz neu starten. Mach mal für ein neues Projekt. Oder einfach gar kein Projekt mehr. Oh, Luca, ich mein, dass du, ey, ich, dass ich jetzt wegen dir am Arsch der Welt bin, mein ich. Nein, nicht wegen mir, weil du in den Lave-See gesprungen bist. Ich hab damit nichts zu tun. Ich, darüber wollte ich doch grad immer reden. So, ich bau mich kurz ein. Und leg mich schlafen. Und wenn du irgendwann noch ein Bett hast, was ungefähr... Wie komm ich denn jetzt... Wie komm ich denn jetzt irgendwo hin nach Minus... Keine Ahnung, wo muss ich hin? Wie muss ich laufen dafür? Weiß ich ja nicht. Musst nach zu 100, oder? Minus 100 irgendwo war das. Die letzte Koordinat, Minus 100. Okay. Wird das auch weniger? Da, okay. Okay, ich laufe einfach... So, ich geh pennen. Bin sicher. Da ist die Spinne. Und wenn du... Da ist ein Enderman. Da ist ein Skelett. Oh mein Gott, dieses Skelett hat mir so einen Herzinfarkt gegeben. Okay, ich hab... Ich werd so sterben in der Nacht. Ich glaub, ich mach kurz meine... Dört Block, äh, Dört Blocklaufen... Das ist voll gut, das kann ich von Basti Gerd Gerd... Machst du wie ein Säberkarten stream. Oh! Dio, ich hab grad so ein clean, Dört Blocklaufer gemacht, da bin ich hier die Erde. So drüber gechampt die ganze Zeit. Komm, spinne, kenn mich, du kleine... Ich kann, einfach grad eine Spinne mit der Hand. Segal, wie schlecht ist die. Digga, die ist ja so schlecht. Ich hab gegen eine Spinne mit der Hand gewonnen. Seltsam können Spinnen schwimmen. Unsichert mich gerade ein kleiner Spissen. Ich versuche jetzt hier über den Berg irgendwie auf die Koordinate 0 zu kommen. Und dann gehe ich so, damit ich auf der anderen Koordinate zu Koordinate 0 komme. Und so, ich kann dann mehr Sprinten. Ich lass mich sterben. Warte mal, wer... Oh mein Gott, ein Skelett reitet in der Spinne! Ein Skelett reitet in der Spinne! Ja, und? Das ist selten. Screenshot. Ja, das war mal selten. Also, das haben wir halt schon total viele Leute gefunden. So, ich werde euch mal kurz gleich dann... ...den Benedikt ein Bild einblenden. Wie geht das? Naja, mit Whatsapp-Web... Was? Whatsapp, ach so. So, ich nimm jetzt mein Bettchen in mir... Ah, nee, das... Ja, ich nimm das Bett vom Dorfbewohner. Sorry, Dorfbewohner. Warte, 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 warte. Ich werde doch kurz, ganz kurz... Oh. Kann ich nicht machen. Geht nicht. Tut mir leid, Leute. Nach 0, 0. Tut mir leid, Leute. Ich kann's euch leider nicht zeigen, da Whatsapp-Web nicht zur Verfügung steht, ist ansteigen zu lassen. Okay, ich geh für den Luca zu der Null. Ich geh in meine Gaterne und meine Gaterne mit mir. Äh, Luca hat mich in den Arsch der Welt gebracht und hab jetzt keine Eiterung. Nein, hat er nicht. Ist irgendein Scheiß-Bastil noch irgendwer in das Video anguckt, was ich nicht denke. Ähm... Dann schreib mal bitte in die Kommentare... ...dass der Luca Ehrenlos. ...wer schuld daran ist, dass der Ehren da, was sie gesprungen ist. Ich... Mein Bruder, äh, mein Freund, der Ehrenmann hat sogar, äh, mein Video, was ich abgelautet hab, komplett durchgeguckt. Und er hat aber leider, äh, Hashtag Kartoffel so bewillen, sagt. Er reingeschrieben, weil er zu vorderfühlen war. Aber das hat auf jeden Fall Ehrenmann, das appreciate ich richtig sehr. Oh, jetzt noch eine Schlucht. Krass. Okay, ich glaube, wir werden es doch eine Minecraft-Schlucht dann. Ich gehe mit... Also es sei denn, wir starten das Projekt neu, weil dann gibt es eh kein Projekt mehr. Was? Es sei denn, wir starten das Projekt neu, dann gibt es eh kein Projekt mehr. Warum? Und außerdem, ich wollte eigentlich vorhin dir Sachen sagen, die ich vielleicht bauen könnte. Oder wir zusammenbauen könnten irgendwann mal. Aber ich habe es mir anders überlegt, weil ich habe jetzt echt keinen Bock mehr dabei. Das ist... Du beschuldigst mich, dass du gestorben bist, weil du zu doof warst, um darauf aufzupassen, die ich in den Lager... Luca, es ist doch jetzt auch alles okay. Was hast du denn? Ich laufe nach Hause und ich hole mir neue Sachen. Was ist denn jetzt... Ja, aber weißt du, wie viel Eis es ist, das davor verloren gegangen ist? Das waren sieben Stück. Ich hatte alles, das war das, was du... Deine Schwertzau, deine Pickaxe, deine Axt. Luca, das war eh alles fast kaputt, weil ich gegen so viele Zombies und so viel Erd abgebaut habe. Das ist doch jetzt eh... Das ist scheißegal, ob jetzt dieses eine Eisen fehlt. Ich mache hier einfach neue Rüstung und fertig ist. Das ist immer auf Koordinate 0,0 gespawnt, oder was? Weiß, nein, dann werden wir unter der Erde gespawnt. Ich meine 0,100 irgendwas, ey, meine 0,70, 0. Das weiß ich nicht, ob man da gespawnt ist, aber ich denke mal schon. Weil ich bewege mich gerade sehr stark zur 0. Oha, ich habe gerade 100 FPS, das ist krass, mit Shader. Sorry, Schwein, ich muss nicht ganz kurz killen für meinen Hunger. Komm, gibt es zwei Fleisch, Digga. Okay, drei Fleisch, ja. Kuss, kuss, kuss. Ja, aber ich beende dann den Stream jetzt auch gleich mal, weil... Luca... Ich beende den Stream jetzt komplett. Tut mir leid, wegen den Hängern, da muss ich mal schauen, was mit... Luca, jetzt mal, warte mal kurz. Warte, warte, ich werde den Stream jetzt beenden, ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Bei 0,0,0, aber ich weiß...